Wang Z. Himming, Junan 1907 oder 1908, 29. Dezember 1973 war ein chinesischer Pfarrer protestantischer Konfession aus Wuding in Yunnan, der in der Kulturrevolution als Märtyrer ums Leben kam. In der westlichen Welt bekannt wurde er dadurch, dass er 1998 als einer der zehn Märtyrer des 20. JHS, neben Maximilian Kolbe, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Oscar Romero, UA über dem Westportal von Westminster Abbey abgebildet wurde. Leben Wang Z. Himming kam als Angehöriger der Miao-Minderheit im Bezirk Wuding der südchinesischen Provinz Yunnan zur Welt. Wuding liegt nördlich der Provinzhauptstadt Kunming. Wo in der Nähe der heutigen Nachbarstaaten Myanmar, Burma, Thailand, Laos und Vietnam im Süden und Südwesten zahlreiche sprachliche und ethnische Minderheiten, so genannt, Bergvölker, in teilweise schwer zugänglichen Berg- und Dschungelregionen vorwiegend vom Trockenreis an Bau leben. Hier hatte seit 1906 der britische Methodistenmission Nasser M. Pollard im Rahmen der China-Inlandmission ein Schriftsystem für die Miao-Sprache. Entwickelt der australische Mediziner Arthur G. Nischholz unterstützte ihn, der britische Missionar und Sprachforscher George E. Metcalf übersetzte in diesem Schriftsystem die Bibel in den Dialekt einiger Bergvölker, ebenso wie der australische Missionar Gladstone Potthaus, der sie in die Sprache der Je übertrug. Die linguistischen und missionarischen Bemühungen der angelsächsischen Missionare unter den großteils animistischen und nur oberflächlich sinisierten Bergvölkern Südostasiens waren so erfolgreich, dass 1944 bei Portaustod bereits 20.000 Miao und je protestantische Christen waren, 1949 bereits 130.000, die h. insgesamt 20% der Christen in China. Wang Z. Himming besuchte die Mission-Schule und war anschließend zehn Jahre lang an einer anderen als Lehrer tätig, 1944 als Nachfolger des scheidenden Nischholz zum Vorsitzenden des Kirchenrats von Wuding gewählt. Wurde er nach dem Besuch des Seminars in Kunming 1951 im Alter von 44 Jahren zum Pfarrer geweiht. In den 1950er Jahren war Wang einer der sechs christlichen Miao-Führer, die nach einer kommunistischen Schulung und einem Besuch bei Mao Zedong in Peking die Anforderungen der neuen kommunistischen Führung im protestantisch-kirchlichen Bereich, das Sog 3 Selbstmanifest unterzeichneten, das Prinzip der Selbstverwaltung, der Selbsterhaltung und der Selbstmissionierung. Allerdings verweigert Wang schon vor der Kulturrevolution seine Teilnahme an öffentlichen Herabwürdigungen von Grundbesitzern, was ihm den Ruf eines Konterrevolutionärs eintrug. Während der Kulturrevolution wurden die christlichen Miao-Anführer in Wuding verhaftet und in Lager verschickt, wo man sie schlug und folterte. Auch Wang wurde 1969 gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Frau in Gewahrsam genommen, ein ehemaliger Pastor, der ältere Lon, der sich zum Atheisten und Anhänger der Kulturrevolution gewandelt hatte, wurde zu seinem heftigsten Verfolger. Nach vier Jahren Haft wurde Wang Zed-Himming 1973 im Sportstadion von Wuding nach einem viertägigen Schauprozess vor mehr als 10.000 Leuten zum Tode verurteilt und im Anschluss daran vor aller Augen erschossen. Es kam im Anschluss daran zu Tumulten, Vor allem die Frauen beschimpften den anwesenden älteren Long, das ganze Stadion geriet in Aufruhr. Damit war auch mit der traditionellen Politik der kommunistischen Zentralregierung, den Minderheiten aus Staatsräso bestimmte Sonderrechte zuzugestehen. Gebrochen, da die Miao ebenso wie andere Bergvölker, Länder übergreifend siedeln, geriet die ohnehin instabile Loyalität dieser Bevölkerungsgruppe zu China in Gefahr. V.A. in der Schlussphase des Vietnamkriegs Rehabilitation, Nachwirkung Wangs Familie wurde nach der Kulturrevolution im Jahr 1980 eine Entschädigung ausgezahlt. Er selbst wurde rehabilitiert. Mitte der 1990er Jahre brachten die Behörden in Changchung sogar eine ehrende Erinnerungstafel an. Während es bei Wangs Tod im Bezirk Wuding nur 2795 Christen gab, waren es 1980 bereits 12.000 und heute, trotz gelegentlicher antichristlicher Übergriffen 60.000. Zwei der Söhne was, Wang Zischeng und Wang Zonglein, wurden nach dem Tod ihres Vaters ebenfalls Pfarrer. Dem Jahr Wang fand 1998 als Repräsentant Asiens auf dem Westportal der Westminster Abbey als einer der zehn Märtyrer des 20. Jahrhunderts Aufnahme.